Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen SEO Mittwoch Folge. Jeden Mittwoch ein neues SEO Video. Und ja, in der heutigen Folge geht es um das Thema Majestic. Ich möchte dir das Tool Majestic vorstellen, beruhigungsberichtigen, Backlink Analyse Tool, was das alles kann und ja, was es nicht kann, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß damit. Fangen wir an. Majestic, wie gesagt, ist eigentlich das Analyse Tool für Link Profile. Es gibt noch ähnlich weitere gute, wie zum Beispiel Ahrefs oder natürlich das Tool Link Research Tools. Heute geht es nur um das Tool Majestic und ja, ganz bekannte Funktionen, beziehungsweise die erste Funktion, die ins Auge sticht, wenn man sich da angemeldet hat. Es gibt eine kostenlose Testversion. Es gibt natürlich aber auch zahlreiche kostenpflichtige Abo-Modelle bei dem Tool. Preismodelle, kannst du dich einfach über Blaine und Preise informieren, ist jetzt glaube ich nicht so spannend. Ich kenne mich vielmehr darum, das Tool zu verstehen und wie man damit arbeitet. Zum einen, klar, unter Site Explorer, das ist die Startseite, sobald man sich da angemeldet hat, gibt man hier einfach seine Domain ein, die man analysieren will, also sprich, deren Link Profil man sich anschauen möchte und bekommt dann entsprechende Werte ausgespuckt. Zum einen hat man hier den Trust Flow, dann Topical Trust Flow, Link Profil, Analyse und die Citation Flow. Was bedeutet das Ganze? Trust Flow und Citation Flow sind ja Kennzahlen von Majestic selbst entwickelt. Ich habe mir sogar mal die Definition rausgesucht, was das denn genau bedeutet. Und zwar die Trust Flow bedeutet, wie viele vertrauenswürdige und starke Webseiten verlinken denn auf deine Domain. Je mehr vertrauenswürdige Webseiten auf dich verlinken, desto höher ist denn auch dieser Trust Flow. Beim Citation Flow geht es mehr um die Menge, um die Anzahl, um die Quantität der Backlinks. Also je mehr Domains, beziehungsweise je mehr Backlinks deine Domain hat, desto höher ist auch der Citation Flow. Es gibt so eine Faustregel, die besagt, Trust Flow und Citation Flow sollten ungefähr gleich hoch sein, beziehungsweise Citation Flow kann so um die 30% mehr sein als der Trust Flow. Wenn der Citation Flow deutlich höher ist als der Trust Flow, dann kannst du schon Hinweise darauf schließen, dass mit der analysierten Webseite eventuell etwas nicht stimmt im Hinblick auf, ja, die hat vielleicht zu viele schäbige Backlinks. Denn wenn du viele Backlinks hast, die allerdings alle keinen hohen Trust Flow haben, dementsprechend keinen Trust Flow deiner Domain weitererben können, dann hast du wahrscheinlich sehr viele Spam-Backlinks. Und mit Majestic kannst du eben das wunderbar herausfinden. Das ist eigentlich ein sehr, sehr einfaches Tool, mit dem du wirklich wunderbar dein Link-Profil analysieren kannst. Ebenfalls spannend ist natürlich Topical Trust Flow. Also hier versucht der Majestic, das Analyse-Tool herauszufinden, aus welchen Themenbereichen in deiner Webseite Backlinks du auch bekommen hast. Das ist natürlich wahnsinnig spannend. Und hier kannst du ebenfalls schnell analysieren, wenn du jetzt dann ja Webseiten von Themenfremden, Backlinks von Themenfremden-Webseiten bekommen hast, dann sieht man hier das auch sehr, sehr, sehr schnell. Also wenn jetzt hier einfach mal angenommen Pharma stehen würde und wir analysieren hier gerade farmtour.de, unsere Seer-Agentur-Seite, wenn jetzt hier Pharma stehen würde und andere Themenfremde-Seiten, dann würde sich auch Gedanken machen und sagen, hey, ich habe zu viele Themenfremde-Backlinks. Das ist halt wahnsinnig spannend und genau, die Link-Profil, hier das kleine Bild, das werde ich gleich schon erklären, das zeigt einfach nur an, wie die Verteilung der Backlinks nach Citation Trust Flow ist. Was sehr, sehr wichtig ist, wenn du mit dem Tool arbeitest, du kannst einmal die Root-Domain, also sprich die komplette Domain analysieren, du kannst aber auch einzelne Sub-Domains analysieren, einen bestimmten URL-Pfad oder eine ganz bestimmte URL. Also URL-Pfad wäre zum Beispiel alle URLs in der Kategorie, weiß nicht, Landhaus-Möbel, wenn du jetzt einen Online-Shop hättest. Und URL wäre die exakte URL, also Kategorie Landhaus-Möbel, dann die URL, weiß nicht, Anrichte im Landhaus-Deal. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt eine fiktive, eine aktive URL. Das könntest du dementsprechend hier clustern. Das ist halt sehr, sehr wichtig, wenn du was analysierst, dass du das dann dementsprechend richtig auswählst. Was ebenfalls natürlich spannend ist, zu schauen, wie viele Backlinks habe ich denn insgesamt, von wie vielen IPs kommen die und so weiter. Und hier musst du mal aufpassen, hey, externe Backlinks dann sagen ganz viele, oh, ich habe 200.000 Backlinks, mega geil. In Wirklichkeit hast du aber nur 203 Backlinks. Warum ist dieser Unterschied hier bei dem Beispiel so krass? Also wir haben stellenweise ein paar Side-Wide-Backlinks, wie zum Beispiel von seo.de, sind wir in der Sidebar drin. Und seo.de, ich weiß jetzt nicht, wie viele URLs die haben. Nehmen wir an, die haben jetzt 100 Unterseiten. Wir sind auf 100 Unterseiten von seo.de zu finden. Und dementsprechend haben wir dann sehr, sehr viele Backlinks von der gleichen Domain zu bekommen. Und weiter geht's. Und ja, auf dieser Übersichtsseite bekommt natürlich alle Reiter, die hier oben sind, eine Art Vorschau angezeigt. Also Link-Kontext oder auch hier die stärksten Backlinks. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Was super spannend ist, natürlich die, ja, Informationen über die Verteilung der Trust- und Citation-Flow-Links. Das ist so ein, ja, so ein Paragraf, so eine Analyse. Wie sind denn die Backlinks verteilt auf deiner Webseite? Also hast du sehr viele Trust-Flow-Links, dann hast du hier oben sehr, sehr viele rosa Punkte. Hast du zu viele, sage ich schon, schwache Links mit zu wenig Trust-Flow und die einen hohen Citation haben, dann hast du sehr, sehr viele rosa Links hier unten in dem Bereich. Und ein gesundes Link-Profil sollte in der Regel gleichmäßig verteilt sein. Also möglichst hier an dieser Linie, möglichst viele Punkte gleichmäßig verteilt sein. Das ist hier, sage ich mal, würde ich einfach mal sagen, aus der Erfahrung raus, das ist hier der Fall, obwohl, der Fall, obwohl das natürlich hier einige rosa Punkte sind. Aber das ist meistens Link-Spam, den jede Webseite reinbekommt. Und das ist in der Regel nicht schädlich. Das kann Google mittlerweile sehr, sehr gut erkennen. Nichtsdestotrotz empfehle ich es immer, jeden Backlink einzeln durchzugehen. Und dazu gehen wir gleich in den Reiter Backlinks. Was ebenfalls natürlich spannend ist, von welchen Sprachen her kommen denn die Webseiten? Also habe ich hier, weiß nicht, wenn ich eine deutsche Seite hätte und viele Links von einem indischen Sprachraum oder russischen Sprachraum oder chinesischen Sprachraum würden hier kommen, dann ist natürlich auch ein Problem, das würde auch ein Edits sein. Hey, ich habe eine deutsche Webseite, wieso habe ich so viele indische Links? Das kann natürlich auch ein Edits dafür sein, dass ich zum Beispiel ein schäbiges Backlink-Profil habe mit Spam-Backlinks versehen. Der Tropical Trust Flow, gerade eben schon erklärt, Majestic versucht einfach ein gewisser Themen, die Backlinks reinzuklatschen, damit ich halt sehen kann, okay, in welchem Themenumfeld kommen die Backlinks denn? Die Link-Density, die hier angezeigt wird, zeigt einfach nur an, wie vielen anderen Backlinks denn dein Backlink, den du von einem Text zum Beispiel hast oder aus der Sidebar vom Footer von irgendeiner Webseite mit vielen anderen Links, die dir noch umgeben sind. Also sprich, du hast einen Footer-Backlink und im Footer sind noch 30 andere Backlinks bei der Webseite. Dann hast du eine sehr, sehr hohe Link-Density und hingegen hast du zum Beispiel einen Backlink aus einem Fließtext, aus einem redaktionellen erstellten Artikel von einer Webseite, zum Beispiel von einem Blogartikel und du bist der einzigste Link, ausgehende Link zu deiner Webseite, dann hast du eine sehr, sehr geringe Link-Density. Hier kannst du halt auch einfach analysieren, hey, muss ich mir die Link-Kraft zum Beispiel mit vielen anderen Links teilen oder habe ich viele Backlinks, die ja alleine sind und die komplette Link-Kraft dann auf deiner Webseite draufgeben. Das ist natürlich auch wahnsinnig spannend, genau wie die Backlink-History. Hier kannst du einfach anschauen, wie über die Laufe der Jahre und Monate du deine Backlinks gewonnen hast. Gab es Monate, wo du keinen Backlink bekommen hast, gab es einen starken Anstieg in gewissen Zeiten und so weiter. Da kannst du natürlich auch schauen, ob hier negativ SEO-Maßnahmen betrieben wurden, wenn du jetzt hier einen richtig krassen Ausschlag hast, wo jemand versucht, vielleicht deine Webseite abzuschießen mit irgendwelchen schlechten Backlinks. Und genau, das ist unfassbar, was hier eigentlich alles noch analysiert wird. Also externe Backlinks habe ich gerade eben ja schon erklärt. Es ist besser, um auf die verweisenden Domains zu schauen. Was interessant ist, ist hier diese Verteilung. Also welche Art von Backlinks habe ich denn überhaupt? Also habe ich Links, die über ein Bild kommen, also die hinter einem Bild versteckt sind praktisch? Habe ich Links über Weiterleitungen oder habe ich so klassische Text-Links? Und wie man sieht, die Domain-Faktur hat wirklich fast 100% und Aussichts-Text-Links und ganz, ganz wenige Bilder und ganz wenige Weiterleitungen oder Frames, Backlinks. Und klar, hier würde ich immer schauen, wenn man in die Richtung optimieren möchte, schaut ihr einfach die Konkurrenz an. Haben die denn viele Links von irgendwelchen Bildern? Wenn ja, ist das Spam oder ist das natürlich entstanden? Hier würde ich immer schauen, aber in der Regel ist es eigentlich schon mal, dass man hier eine sehr, sehr hohe Prozentzahl an Text-Links hat, weil es eben die normalste Art und Weise ist, jemanden zu verlinken. Genau, Breakdown der verweisen Domains, das zeigt einfach nur an, hey, wie sind denn die Links aufgebaut? Also sprich, habe ich Homepage-Links? Wo kommen die Links her? Sind es Direct-Links? Sind es Weiterleitungen? Etc. Also hier sind es ganz, ganz verschiedene Punkte, die man ja überfliegen kann, aber jetzt auch nicht so extrem wichtig sind in dem Fall. Verweisen Domains ist klar, ist ähnlich wie die Link-History. Verweisen Domains zeigt ja einfach an, wo kommen denn die Backlinks her und wie oft wurde das jetzt überprüft von einem Majestic-Tool und hier kannst du auch irgendwelche Ausschläge erkennen und dann analysieren, hey, ist hier irgendwie negativ SEO-Spam unterwegs oder ist alles safe? Die Anker-Texte, das ist mein Favorite-Part bei Majestic. Das liebe ich einfach, diese Aufschlüsselung. Ich kenne kein Tool. Was das Schöne aufschlüsselt, einfach hier mit dem Kuchendiagramm, kannst du sofort erkennen, ob du irgendeine Überoptimierung hast oder nicht und werden sehr oft mit Keyword analysiert. Was natürlich das Problem ist bei allen Analyse-Tools, egal ob es jetzt Adress ist oder Majestic, man kann jetzt hier nicht sein Disavow-File hochladen, also sprich, die Links, die wir schon entwertet haben, kann ich jetzt hier nicht mehr rausnehmen, also zumindest mir keine Funktion bekannt. Bei Adress wurde das vor kurzem eingeführt, man kann da sein Disavow-File hochladen und dann ist das Link-Profil nochmal anders, weil man hat es ja eben gesäubert, aber bei Majestic ist mir das nicht bekannt und deswegen ist das hier ein bisschen verwirrend manchmal, wenn man dann eben Backlinks hat, die man schon längst entwertet hat, aber die stehen hier trotzdem dann als Anker-Texte noch. Ist ein bisschen schade, aber was soll es trotzdem, mega nice Übersicht. Und ja, kommen wir zum Punkt. Themen ist wie gesagt das Tropical Trust Flow, das kann ich jetzt mal überspringen, das ist nicht so spannend. Verweisen-Domains ist natürlich nur Übersicht, welche Webseiten verlinken denn zu mir und der spannende Part ist natürlich die Backlinks, sprich, welche Backlinks von welchen Webseiten habe ich denn genau und hier kann ich Step-by-Step durchgehen mir anschauen lassen, hey, wie viel Trust Flow hat denn die Webseite, die Domain an sich, wird jetzt hier in dem Reiter angezeigt und wie viel Power, wie viel Trust Flow hat denn diese URL, die jetzt hier auf mich verlinkt. Mal ein einfaches Beispiel, ja, Tagseo-Blog hat einen No-Follow-Link mir gegeben und die hat einen Trust Flow von 39. Kann man jetzt natürlich streiten, der No-Follow-Link bringt dir zu überhaupt irgendetwas, folgt der Google angeblich nicht, Tests haben ergeben, auch auf unseren Erfahrungen ganz klar, No-Follow-Link kann dir trotzdem was bringen, gewissen Trust, jedes Link-Profil, ist ganz normal, dass auch im Link-Profil einige No-Follow-Links vorhanden sind, deswegen würde ich sagen, hey, das ist absolut in Ordnung, wenn du mal No-Follow-Links hast und die würde ich auch gar nicht unter den Tisch kehren, die sind sehr, sehr wichtig und können dir definitiv auch was bringen. Ja, und so kann man Step-by-Step durchgehen, also Seiten, wichtig ist diese erste Reiter, wie hoch ist hier der Trust Flow, wie stark ist die URL, die auf dich verlinkt und klar, wenn man es umdreht, je niedriger die Zahl ist, desto genauer würde ich hinschauen und gucken, hey, ist das vielleicht eine Seite, die extrem spammig ist. Und hier kann man das natürlich wunderbar dann nach einem Filter sortieren und wenn man dann so eine Link-Profil-Analyse macht, einfach mal hier auf TF gehen und dann Null auswählen und dann kann man sich wunderbar mal anschauen, hey, wer verlinkt denn zu mir, sind das schäbige Backlinks, die ich nicht haben will, dann entweder Seitenbetreiber anschreiben und entfernen und wenn er sich nicht meldet, dann über Disavow-Tool entwerten lassen. Und hier kann man sich das einfach mal Step-by-Step durchgehen, zum Beispiel sowas wie Alexa Top, allein von der URL kann ich das schon sagen, ich gehe jetzt nicht drauf, das ist einfach Spam und gut, der Link ist auf No-Follow, ist halt die Frage, muss ich das entwerten? In der Regel entwerten wir dann solche Links nicht, weil sie eh von Google gekennzeichnet sind, für Google gekennzeichnet sind, aber das kann man auch von Zufall zu Fall entscheiden. Wie gesagt, wichtig ist auch hier immer der Ankertext, der hier angezeigt wird und hier habe ich jetzt einen Link bekommen mit einem Ankertext von einem Punkt. Ja, würde ich auch auf jeden Fall mal schauen, ob das nicht irgendein Spam ist. Die Trust-Flow ist auch schon super niedrig und Citation-Flow dementsprechend auch niedrig und schlimmer wäre es eigentlich, wenn der Citation-Flow auch, wenn der bei 40 wäre und Trust-Flow bei 0, dann wäre das richtig schlimm, weil das würde bedeuten, dass sehr, sehr viele Backlinks drauf zeigen, aber keine einzige vertrauenswürdige Seite dabei wäre. Das wäre sehr, sehr, sehr gefährlich. Natürlich werden auch gelöschte Backlinks angezeigt, die kann ich hier über den Filter oben, kann ich angeben, dass gelöschte Backlinks ausgeblendet werden, weil was will ich damit, wenn der Link weg ist, ist er weg und das kann ich für die Link-Profil-Optimierung vielleicht später berücksichtigen. Wenn ich gelöschte Backlinks habe, kann ich die Seitenbetreiber wieder anschreiben und sagen, hey, wieso hast du den Backlink gelöscht, kann ich ihn bitte, bitte wiederhaben und das ist natürlich sehr, sehr spannend und ja, hier kann man so durchgehen und schauen, hey, habe ich hier Schrott oder ist hier alles safe und das ist natürlich ein super wichtiger Reiter hier, das Backlinks, eigentlich so mit das Kernstück von Majestic. Kommen wir zu einer weiteren spannenden Funktion von Majestic und zwar im Bereich Kontext wird hier angezeigt, in welchem Bereich, in welchem lokalen Bereich befindet sich denn der Backlink überhaupt von Webseite zu Webseite. Also ich habe die Definition mal aufgerufen, hier steht einfach nur, hey, Majestic versucht zu bestimmen, in welchem Link-Umfeld und Textumfeld sich der Backlink, den du bekommen hast, sich befindet. Jetzt hier im einfachen Bereich mal ist ein Link, den wir von der Sitebar von SEO.de bekommen haben und Majestic zeigt jetzt erstmal an, wie viele interne Links hat jetzt die Webseite. Also dieser Bereich hier ist meistens immer das Menü, das Hauptmenü, dann bekommt hier der Hauptparagraf und hier kommen dann mehrere interne Links und ganz unten in der Sitebar sind wir dann mit einigen externen, ausgehenden Links und einigen internen Links und so kann ich das von Step by Step durchgehen. Jeden einzelnen Link kann ich hier analysieren und schauen, hey, wo ist denn jetzt hier der Link? Hier bei Tagseo-Blog ist der ganz unten zum Beispiel und wie sind die Seiten aufgebaut? Habe ich viele Links von ganz von Seiten, wo der hier oben schon platziert ist oder habe ich immer Links, die hier unten im Footer oder in der Sitebar platziert sind? So kann ich schnell schauen, was sind das für Links, die ich habe. Kann natürlich schauen, wie die Konkurrenz aufgebaut ist, kann natürlich nicht nur mal eine Seite hier eintragen, sondern auch der lieben Konkurrenz und dann kann ich schauen, hey, haben die viele Links von Texten, von Platzierungen, die möglichst weit oben in der Webseite sind oder haben die viele Sitebar-Links etc. Und was versucht Majestic noch hier mir zu sagen, dass ich aufpassen soll, manche Links scheinen etwas unnatürlich zu wirken, also jetzt hier in dem Beispiel CODE kann ich zum Beispiel sagen, hey, das ist keine abgestrafte Webseite, hier sind doch in der Sitebar, das ist ein ganz normaler Blogroll, da sind mehrere Seiten verlinkt und das ist eigentlich relativ normal. Natürlich, ich habe niemanden hier bestochen oder bezahlt oder gezwungen, uns hier zu verlinken, das ist einfach über, ja, der Gerald Steffens, falls er zuschaut, Grüße gehen raus, den kennen wir einfach, den haben wir mal eingeladen zu unserem Podcast und, ja, den habe ich mal gefragt gehabt, ob er uns auch in den Blogroll aufnehmen kann und, ja, da hat er ja gesagt, da ist der Hintergrund dafür, hier ist kein Geld geflossen oder sonst irgendwelche Manipulationen, deswegen muss man mal aufpassen, was hier steht, nicht, dass man dann aus Versehen starke Links entwertet oder entfernt. Und, ja, wie gesagt, super spannend, was hier alles angezeigt wird, also 1.500 Informationen, der durchschnittliche Link-Anteil, zum Beispiel auch hier bei Systrix, den Link, den wir bekommen haben, nur Follow-Link, aber wie viele internen Links gibt es eigentlich im Verhältnis zu externen Links, die klassischen Kennzahlen werden hier angezeigt, also, wenn man die Links im Detail analysieren will und will nicht auf jeden einzelnen Link draufgehen und sich das dann, ja, zu Tode suchen, dann ist natürlich der Reiter-Kontext hier wahnsinnig hilfreich, weil ich kann nicht hier eine Vielzahl an Backlinks sehr, sehr schnell analysieren und, ja, entsprechend bewerten unter den Reitern neu und verloren, ja, wie der Name schon vermuten lässt, zum einen, hey, welche neuen Backlinks habe ich in gewissen Zeitraum bekommen und verloren, hey, welche Backlinks habe ich in der letzten Zeit verloren, kann hier das dementsprechend doch sortieren, etc., wahnsinnig spannend, einfach diesen historischen Index zu betrachten und zu schauen, hey, wo habe ich denn Backlinks in der Vergangenheit gehabt, warum wurden die entfernt, kann ich hier vielleicht wieder gewinnen, das ist sehr, sehr interessant. Reiter-Ankertexte, bin ja ein großer Fan von dem Kuchendiagramm, wie ich gerade eben erwähnt habe, Reiter-Ankertexte, von dem Reiter bin ich gar kein Fan, um ehrlich zu sein, weil hier kommt jetzt gleich eine riesengroße Wortwolke einfach nur und ich finde das sehr, sehr verwirrend und, ja, man kann sich hier dann natürlich analysieren, hey, von wem habe ich denn jetzt die Backlinks zum Beispiel jetzt hier, Keyword zum Beispiel, wer verlinkt denn hier auf meine Seite, kann mir anschauen, anschauen lassen, anzeigen lassen, hey, was sind das für Domains, die jetzt hier so viel verlinken, wenn ich ein überoptimiertes Link-Profil habe, wo ich zum Beispiel zu oft mit irgendwelchen Money-Keywords verlinke, kann ich hier schnell schauen, hey, welche Seiten sind das, dementsprechend dann schnell entwerten oder entfernen lassen, ja, auf jeden Fall spannend und unter dem Reiter Seiten, finde ich dann einfach noch, hey, auf welche Seiten wird denn verlinkt überhaupt, also welche URLs haben denn besonders viele Backlinks bekommen, aus welchem Bereich, im Kontextbereich, kommen denn diese Links her und ja, ist eigentlich auch selbsterklärend, kann man sich mal durchkämpfen, ist auch, wie gesagt, bei jedem Link-Profil-Analyse eigentlich Pflicht zu schauen, die gesamte Webseite und natürlich die Unterseiten, wie ist denn das Link-Profil, wo haben denn Unterseiten vielleicht zu wenig Link-Kraft, wo kann ich hier noch was stärken oder noch was verbessern. Related Sites ist natürlich, wie der Name es vermuten lässt, sind ähnliche Webseiten, also eine Art Konkurrenzanalyse und ja, hier steht es auch Top 100 Domains der Most Closely Rated to Farm Tour, hier kann ich mir natürlich anschauen, hey, wer ist denn die Konkurrenz OMT, Mario Jung, Grüße gehen raus, SEO-Küche, kennt denke ich mir auch jeder, Blue Fusion, Markus Höfner, Grüße gehen ebenfalls raus, alle super spannende Seiten, die ich natürlich theoretisch analysieren könnte und schauen könnte, wo bekommen die denn ihre Backlinks her, kann ich hier vielleicht auch Links nachbauen, wie gesagt, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, bau natürlich nur die stärksten Links nach, nicht alle Links nach, weil du weißt natürlich nie, welche Backlinks wurden entwertet über das Avow Tool von dem Google Search Konsole, da immer ein bisschen vorsichtig sein, wie gesagt, nur die stärksten Backlinks aufbauen und ja, hier kann man sich sehr, sehr viel anschauen, natürlich sehr, sehr spannend, was wir immer sehr, sehr gerne nutzen, ist unter Tools natürlich der Bulk Backlink Checker, also wenn wir einen Outreach gestaltet haben und sehr, sehr viele passende Domains gefunden haben für eine Kampagne und wir checken wollen, hey, wie stark sind denn die Webseiten, die wir gefunden haben und nicht alle anschreiben zu müssen, eine Vorauswahl zu treffen, einfach hier bis zu 400 URLs einfach eintragen und da kann man sich auf die Schnelle den Trust Flow, Citation Flow anzeigen lassen, Anzahl Backlinks etc. Sehr, sehr nützliches Tool und so ein Bulk Backlink Checker spart natürlich wahnsinnig viel Zeit. Was ebenfalls hier bei dem Reiter Tools interessant ist natürlich, der berühmt-berüchtigte Site Explorer, den habe ich gerade eben ja schon im Detail erklärt, man kann natürlich jetzt über das Klicken des Logos da drauf kommen, aber der Site Explorer Vorschau zeigt dir einfach mal so ein Beispiel eines gesunden Link-Profils an, wie denn so ja eine Webseite aussehen kann. Sehr, sehr hohe Trust Flow, Citation Flow, hier ist ein Beispiel-URL. Was ich hier noch zeigen will dir, ist unbedingt, so sieht eine gesunde Verteilung von Backlinks aus. Es ist völlig normal, dass jede Domain hat Citation Flow Links mit einem sehr, sehr hohen Citation Flow und einem sehr, sehr geringen Trust Flow, aber in der Regel sollten die Anzahl der Links, die Verteilung hier am Paragrafen gleichmäßig nach oben gehen, wie eine Art Welle und ja, das lässt meistens schon auf den ersten Blick auf ein sehr, sehr gesundes Link-Profil schließen. Kommen wir noch zum letzten Tool, was ich vorstellen möchte und zwar ist das hier unter Keywords, unter Tools Keywords, der Keyword Checker und der Keyword Generator. Es ist nicht das klassische Keyword Analyse Tool, was wir uns vielleicht erwartet. Das ist Majestic, Majestic hat immer was mit Backlinks und Link Analyse Tools zu tun. Ich gebe jetzt einfach mal als Beispiel, ich glaube ich habe es abgespeichert, genau, Suchmaschinenoptimierung gebe ich jetzt mal ein und mal gucken, was er jetzt hier uns anzeigt und zwar zeigt er uns an, wie oft in Domains verteilt und wie oft in URLs verteilt kommt denn dieses Wort vor in deren Datenbank. Also sprich, Majestic hat natürlich eine riesen Datenbank vom kompletten Web sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Also wir müssen natürlich selbst immer wieder das komplette Web crawlen, um dementsprechend Link-Profile erstellen zu kommen, um möglichst viele Daten uns Usern geben zu können und die nutzen diese Daten, die sie haben jetzt neuerdings über Tools und dann Keywords Checker, um überhaupt zeigen zu können, wie oft kommt denn dieser Begriff Suchmaschinenoptimierung als Beispiel in der Domain vor, im Ankertext, auf URLs-Ebene, in der URL, im Title vor und und und. Hier kann ich einfach mal anschauen lassen, wie oft, wie beliebt ist denn dieser Begriff. Hier steht es auch, es ist eine Mischung aus freshen und historischen Index, also sprich, hier könnten auch gelöschte Domains bzw. URLs auch dabei sein. Sehr, sehr spannend, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, hey, wie viele Webseiten existieren denn überhaupt zu diesem Thema und wie viele Webseiten haben denn das in ihrer Domain bzw. die URL denn stehen, ist, ja, sehr nice, würde ich mal sagen und wir gehen jetzt einfach mal weiter zum Keyword Generator. Dann sind wir hier mit einer Übersicht und hier gebe ich jetzt einfach mal die Webseite von, gerade eben von mentalhealth.org.uk und hier gibt man einfach seine Seite ein, die man analysiert haben will, also sprich, wir möchten jetzt hier Keywords generieren, auf die wir dann später unsere Inhalte erstellen zum Beispiel oder auch Anker-Texte vielleicht finden, etc. Spannende Keywords, zu denen wir einfach ranken wollen. That's it. Hier gibst du einfach deine Seite ein und dann kannst du die natürlich mit der Konkurrenz zum Beispiel vergleichen. Das ist nur ein Beispiel. Einfach mal ein paar interessante Seiten anklicken und dann Ad-Site bis zu vier Seiten können eingetragen werden und dann Get-Keywords und dann, ja, generiert Majestic ganz, ganz viele Beispiele an Keywords, an möglichen Keyword-Ideen. Das kann natürlich ein bisschen dauern, je nach Größe der Webseite und habe ich jetzt hier mal voraus schon mal gemacht und hier sieht man einfach jetzt eine große Liste an potenziellen Keywords, die auf der Webseite vorhanden sind, also Begrifflichkeiten, die immer wieder erwähnt werden und wenn man jetzt hier auf einen Begriff drauf geht, dann kann man sich weitere Keyword-Ideen anzeigen lassen und zwar jetzt hier. Also ich bin in Service-Development draufgegangen und hier werden mir jetzt weitere Keyword-Ideen angezeigt und ja, das ist so, wie soll ich sagen, ein bisschen umständliches Keyword-Recherche-Tool. Es geht halt wirklich über deren Suchindex, über deren Datenbank, die ganzen Informationen, die sie haben und dadurch kannst du halt rückwirkend, sage ich mal, eine Keyword-Recherche machen. Also aufgrund der Daten kannst du dir sehr, sehr viele Keyword-Ideen dir anzeigen lassen. Es kann mal ein bisschen dauern, bis da entsprechende Keyword-Ideen angezeigt werden, je nach Größe natürlich. Wie gesagt, hier mal ein Beispiel und dann kannst du einfach mal schauen, hey, wie oft kommt denn dieser Begriff vor, etc. Wie oft wird es gesucht, Keyword-Difficult und so weiter. Also es ist eigentlich relativ selbsterklärend. Jetzt mal hier als einfaches Beispiel. Mental Health Foundation wird scheinbar sehr, sehr oft im Web bzw. in deren Index kommt dieser Begriff vor. Entsprechend Keyword-Difficult scheint jetzt nicht so hoch zu sein. Hier wird es auch nochmal erklärt, wie die das zusammen berechnen. Das Suchvolumen natürlich auch. Es ist ein stark gesuchter Begriff oder eher geringer gesuchter Begriff. Und die 30 bedeutet nicht, dass es nur 30 Mal gesucht wird. Das ist halt, sagen wir, von der Skala von 0 bis 100 und 0 besonders wenig gesucht oder gar nicht gesucht, 100 extrem oft gesucht im Millionenbereich das Suchvolumen. Und hier ist eine 30, also ansprechend, also im Bereich 5.000 bis 10.000 würde ich jetzt einfach mal schätzen, wird dieser Begriff jetzt gesucht. Vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht 20, 30.000 Mal ist das einfach eine Schätzung. Wird jetzt nicht so genau dargestellt. Und was interessant ist, wie gesagt, man klickt einfach mal drauf und da kommen ganz, ganz viele weitere Keyword-Ideen, Keyword-Vorschläge und die kann man sich natürlich copy to clipboard, dann zum KW-Finder zum Beispiel gehen und zu Ahrefs, die dort eintragen und dann bekommt man das genaue Suchvolumen angezeigt. Ist ein bisschen schade, dass Majestic das selbst nicht anbietet, dass man das genaue Suchvolumen jetzt hier sich anzeigen lassen kann. Ist halt mit den Schätzungen relativ dann interessant. Man hat da ungefähr eine Richtung. Wie gesagt, ist noch in der Beta, dieses Keyword-Analyse-Tool. Auf jeden Fall trotzdem super spannend und kann die Keyword-Recherche auf jeden Fall nochmal ordentlich unterstützen. Und das war es jetzt auch schon mit Majestic. Ich hoffe, die Vorstellung hat dir gefallen. Würde mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Wie gesagt, jeden Mittwoch ein neues SEO-Video. Und ja, schreib mir einfach mal, über welche Themen du noch mehr wissen möchtest. Was interessiert dich in dem SEO-Bereich? Würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Hau rein. Ciao.